Hallo, mein Name ist Kira und ich mache eine Ausbildung als Immobilienkauffrau bei der GAG Immobilien AG. Ich zeige euch heute meine Aufgaben, meine Aufgabenbereiche und meinen Schreibtisch. Hier seht ihr mich gerade am Empfang. Ich nehme euch jetzt mit zum Aufzug und dann zeige ich euch die erste Etage, wo mein Schreibtisch sich befindet. So, schon geht's los. So, hier seht ihr jetzt nochmal den Empfang. Und wir gehen jetzt rüber zu meinem Schreibtisch. Bei der GAG Immobilien AG ist es so, dass die Azubis ihre Abteilung immer wechseln und deswegen sind wir nie in derselben Abteilung. Ich bin zurzeit in der WEG-Abteilung und aufgrund dessen lege ich hier gerade einen Ordner an für neue Eigentümer. Die erhält jeder neue Eigentümer, der bei der GAG eine Wohnung kauft. Als nächstes seht ihr hier meinen Schreibtisch. Wir haben zwei Bildschirme und man kann den Schreibtisch sogar so einstellen, dass man stehen kann. Ich hoffe, ihr konntet erste Eindrücke von meinem Alltag bei der GAG Immobilien AG bekommen. Und ich bedanke... Untertitelung des ZDF, 2020